Mein Name ist Adrian und in diesem Video geht es um die Video-Bearbeitungs-Features von der neuen iOS-Version. Das heißt, das iPhone hat ein neues Betriebssystem bekommen und in der Standard-Fotos-App haben wir jetzt Video-Bearbeitungs-Features, die wir vorher in der alten Betriebssystem-Version nicht hatten. Das bedeutet, in der alten Betriebssystem-Version brauchte ich zusätzliche Apps, um bestimmte Bearbeitungen an Videos vorzunehmen und das können wir jetzt alles in der Fotos-App selbst machen und das möchte ich dir hier in diesem Video einmal kurz zeigen, was da jetzt alles möglich ist. Und wir starten einmal hier in der Fotos-App. Ich habe jetzt hier ein Video aufgerufen und so sieht es jetzt nicht großartig anders aus als in der alten Version, aber wir können jetzt hier oben rechts auf Bearbeiten gehen und hier sehen wir jetzt die großen Bereiche, die hier hinzugekommen sind. Trimmen konnten wir schon die ganze Zeit, das kann man hier auf der ersten Seite. Wir haben aber auch die Möglichkeit, hier Anpassungen vorzunehmen, das ist neu. Wir können Filter hinzufügen, auch ein neues Feature und wir können vor allem das Ganze begradigen beziehungsweise das Format verändern. Dazu gleich mehr, aber das ist auf jeden Fall für mich hier das Kernfeature, was dazugekommen ist. Gehen wir mal wieder auf den ersten Punkt zum Trimmen. Hier können wir quasi den Startpunkt des Videos festlegen und den Endpunkt des Videos festlegen. Das heißt nicht mehrere Videos irgendwie hier zusammenschneiden, aber den einzelnen Clip quasi bearbeiten. Und das ist super praktisch, wenn man zum Beispiel das Video irgendwie so halb gestartet hat, noch irgendwo was vorbereiten muss und dann geht es erst richtig los. Dann kann man hier dementsprechend sich das Ganze trimmen. Wie funktioniert das genau? Wir tippen uns einfach hier auf diesen Pfeil, können dann mit dem Finger so grob hin navigieren, wo wir hin wollen. Und wenn wir denken, hier ungefähr an dem Punkt, dann länger gedrückt halten und dann haben wir die Möglichkeit, hier wirklich den genauen Punkt auszuwählen. Denn wirklich Frame by Frame können wir hier durchgehen und uns genau das Frame aussuchen, wo wir sagen, hier soll das Video starten. Und das Ganze natürlich auch am Ende, da ist das Ganze auch möglich. Gehen wir mal zum nächsten Punkt, hier anpassen. Da haben wir die Möglichkeit, das automatisch anzupassen, hier mit diesem Zauberstab. Ich habe das Gefühl, er orientiert sich dann immer am gerade ausgewählten Bild. Das heißt, du musst darauf achten, was für ein Bild ist jetzt gerade hier ausgewählt. Ist das wirklich ein sinnvolles Referenzbild für mein Video, um so eine automatische Analyse, Anpassung hier zu machen? Aber gehen wir mal hier weiter durch. Es gibt auch viele einzelne manuelle Regler jetzt, die wir hier einstellen können. Zum einen hier die Belichtung. Wir können dann einfach hier drauf tippen und haben dann hier die Möglichkeit, einmal die Belichtung hier anzupassen. Mache ich sie mal ein bisschen dunkler in dem Fall. Dann können wir hier die Glanzlichter verändern. Wir können hier die Schatten verändern. Da können wir zum Beispiel die Schatten ein bisschen dunkler machen. Dann hier den Kontrast. Können wir vielleicht auch ein bisschen erhöhen jetzt in dem Fall. Die Helligkeit bearbeiten. Wir können hier den Schwarzpunkt festlegen. Und so gibt es hier ganz viele andere Punkte. Für mich interessant ist vor allem hier nochmal die Wärme, weil man so, wenn der Weißabgleich vom iPhone nicht richtig gepasst hat oder so, können wir hier einfach das Ganze nochmal ein bisschen wärmer machen oder ein bisschen kühler machen. Und wir haben hier hinten zum Beispiel auch nochmal die Vignette, die wir hier anpassen können. Das heißt, wir können hier einfach so eine Vignette reindrehen. Das finde ich auch super cool, weil man hier einfach so ein paar Features hat, die sozusagen so ein Video, das auf Instagram gehen soll und so weiter, schon signifikant besser aussehen lässt, als wenn man das Ganze hier nicht bearbeitet hätte. Wie gesagt, wir können hier auch ganz vorne einfach auf diesen Zauberstab gehen. Und dann wird hier eine manuelle, eine automatische Anpassung gemacht. Und das können wir dann wiederum wieder manuell anpassen, indem wir hier sehen, was hat er denn jetzt automatisch angepasst und das dann entsprechend nochmal selbst verändern können. Gehen wir mal hier auf den nächsten Punkt. Das sind die unterschiedlichen Filter. Und da kann man einfach mal so ein bisschen durchgehen. Und da kann man auch gucken, was sind Filter, die einem hier gefallen. Gefühlt sind das Filter, die aus dieser Clips-App da übernommen worden sind. Aber hier können wir die jetzt auch entsprechend dann einfach hier anwenden. Und wir sehen, die werden hier angewendet und uns auch direkt präsentiert, wie die ganzen aussehen. Und wir können tatsächlich sogar einstellen, wie stark der Filter hier zur Geltung kommen soll. Weil das ist auch was, vielleicht ist so ein Filter ganz schön, aber vielleicht nicht unbedingt auf 100%. Das heißt, wir können uns die hier irgendwie auch auf 20% oder sowas setzen, um dann entsprechend diesen Filter da zu verstärken oder auch ein bisschen schwächer zu machen. Kommen wir zu meinem Lieblingsbereich, hier ganz hinten jetzt. Hier haben wir jetzt wirklich signifikant stärkere Tools mit an Bord, die uns die Möglichkeit geben, das Video neu zu framen, neu quasi auch in unterschiedliche Formate zu bringen und so weiter. Das möchte ich jetzt hier einmal zeigen. Wir haben jetzt hier das Video. Wir können hier auch mit dem Scrollbalken so ein bisschen durchgehen. Und wir holen uns jetzt mal einfach hier ein Bild rein. Nehmen wir mal das Bild hier. Und jetzt können wir hier unterschiedliche Dinge machen. Zum einen können wir das Bild hier hin und her spiegeln. Das ist hilfreich, wenn wir mit der Selfie-Kamera aufgezeichnet haben, weil die dreht automatisch das Bild wie ein Spiegel, so dass wir uns sinnvoll selbst sehen können, in Anführungszeichen, wie wir das vom Spiegel gewohnt sind. Aber es dreht das Bild. Und das können wir dann quasi hier wieder rückgängig machen, indem wir das Bild hier auch wieder einmal spiegeln. Dann können wir das Bild hier einmal auch rumdrehen, was auch super praktisch ist, weil gegebenenfalls hast du das iPhone am Anfang anders geneigt gehabt, dann das Video aufgezeichnet und das Ganze steht auf dem Kopf oder so, das Video. Das heißt, hier können wir dann auch selbst das Video einmal so ein bisschen drehen. Und das ist auch der Punkt, das habe ich in einem anderen Video schon mal erklärt, wir können in iMovie aktuell noch keine Hochkant-Videos bearbeiten. Aber wir können natürlich die Videos im Querformat quasi bearbeiten, aber uns das alles so ins Querformat reindrehen, sozusagen alle Videos erstmal ins Querformat drehen und dann können wir es hier wieder ins Hochformat drehen, um dann entsprechend das Video zu exportieren, im Hochformat zum Beispiel für Instagram und so weiter. Wenn dir das jetzt zu schnell ging, dann schau dir gerne nochmal das andere Video an. Wie gesagt, man braucht jetzt hier keine weitere App, um hier das Video auf dem iPhone drehen zu können. Schauen wir nochmal hier unten, wir haben jetzt hier noch die Möglichkeit, das Video zu begradigen und das Ganze ist hier immer so gelöst, dass man, wenn man in der Mitte quasi ankommt, wo es wieder normal ist, sag ich jetzt mal, Ausgangsstellung, dann ist das so ein bisschen magnetisch, würde ich sagen, und dann zieht es einen auch hier hin und dann ist man hier wieder auf den Nullpunkt. Und so gibt es hier unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir das Video hier bearbeiten können und das ist alles, ja, ich glaube, für den meisten Fall nur ein bisschen Spielerei. Aber jetzt kommt der interessante Punkt, wir können uns dieses Bild jetzt selbst anpassen. Das heißt, wir können jetzt hier hingehen und zum Beispiel ein Quadrat auswählen und können dann innen drin das Bild auch reframen. Du siehst das hier, das funktioniert, indem wir hier einfach mit den Fingern einfach so ein bisschen dran rumswipen. Wir können uns das dann hier auf das Format bringen, wie wir wollen oder wir können gewisse Presets verwenden. Und das geht hier oben rechts auf diesen unterschiedlichen Format-Button, würde ich sagen, also diese unterschiedlichen Fenster da oben, die jetzt auch orange aufleuchten. Und hier haben wir jetzt unterschiedliche Formate. Wir können einmal Quadrat wählen, 16 zu 9 und wir haben hier wirklich die Möglichkeit, unterschiedlichste Formate zu wählen und eben auch Hochformat zu wählen. Dann gehen wir mal auf Hochformat, 16 zu 9. Das ist das, was ich auswählen würde, um das Ganze jetzt zum Beispiel in die Instagram-Story zu packen. Und da können wir jetzt hingehen und auch uns das Bild hier reframen. Das heißt, wir können sagen, wir wollen es weiter links, wir wollen es mehr in der Mitte haben, weiter rechts und so weiter. Und wir können hier sogar in das Video so ein bisschen rein skalieren, so ein bisschen rein zoomen. Und so haben wir jetzt die Möglichkeit, hier tatsächlich uns auch einen Überblick zu verschaffen, wie sieht es denn jetzt im ganzen Video aus, wie wir hier die Auswahl getroffen haben. Und haben hier echt eine super, super Möglichkeit, in der Fotos-App, Standard-App hier quasi, in unterschiedlichen Formaten das ganze Video nochmal berechnen zu lassen. Denn das Schöne ist, ich gehe jetzt einmal hier auf Fertig. Das Schöne ist, das Video sichert jetzt und wir können so Videos recyceln, wenn du so möchtest. Das heißt, wir können ein Video im Querformat aufzeichnen, das auf YouTube hochladen und dann hier direkt am iPhone noch ein Hochformat machen, sagen, okay, wir wählen uns jetzt einen Ausschnitt davon aus und packen zum Beispiel einen Ausschnitt von einer Minute in die Insta-Story. Natürlich muss die dann quasi von Instagram noch in 15-Sekunden-Häppchen gecuttet werden, aber wir können hier direkt auf dem iPhone quasi aus jedem beliebigen Video uns nochmal ein Hochkant-Video machen, das zum Beispiel in die Insta-Story kann. Und das finde ich wirklich einen richtigen Schritt in die richtige Richtung in dem Betriebssystem hier vom iPhone, dass das alles schon so funktioniert. Und du siehst das hier, wir haben jetzt das Video beschnitten, wir haben jetzt hier ein Hochkant-Video und ich finde, es ist super, dass das direkt jetzt mit der Fotos-App funktioniert und man keine zusätzlichen Apps mehr dafür braucht. Wenn dir das Video weitergeholfen hat, dann lass gerne eine positive Bewertung da und ansonsten würde ich mich freuen, wenn du uns hier weiterfolgst und wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, ciao!